ja moin mahlzeit auch euer manipuliert mit einem zweiten video heute haben wir ja schon das video rausgehauen von teneban da habe ich gestern aufgenommen weil ich ich habe mit diesem spiel momentan dermaßen spaß kann ich euch nur empfehlen wie gesagt link bei den videos unter der beschreibung wo es passiert ist tp und itch.io herunterladen können wenn es bei itch.io herunterladen und ihr könnt dem entwickler einen obolus verlassen da macht hat der wird sich wahrscheinlich freuen ich habe kein paypal konto mehr deshalb mache ich das auch nicht ja und es gibt ja nur zwei möglichkeiten bei itch.io zu bezahlen das ist aber mit paypal und einmal mit pay safe glaube ich also denken und ich habe weder das andere sondern wie gesagt paypal habe ich mir abgewöhnt wegen weil ich da ziemlich oft in aber nachrichtung auf meinem smartphone bekommen habe ja man hat versucht mein konto zuzugreifen bekomme auch eine ganze menge habe auch eine ganze menge e mails bekommen dass man dann versucht hat mit meinem paypal konto und so weiter unfug zu treiben und seitdem habe ich dann auch gesagt paypal konto sind weg beide also dass einmal von 4 mixen einmal von pre net und darauf fliegt andauer und immer wieder blödsinn gemacht wurde habe ich irgendwann gesagt was erwartet ich tue meine e mail adresse free net löschen das heißt logiker für den fall dass du das siehst du fühltest mich du wirst mich auf greener die nicht mehr erreichen wenn es jemand anderes gibt der den namen patrick minus ulbricht frede sie holt das bin ich nicht mehr party patula gmx.de ist meine e mail adresse da könnt ihr mich jederzeit erreichen so wie gesagt zähne bra ist momentan das spiel wo ich sehr gern spiele ich sage martine brande zu warum weiß ich nicht irgendwie habe ich das gefühl da gehörten hinten dran fragt mich bitte nicht warum und wie geht es momentan weiter weil ich jetzt schon wieder jetzt die ganze woche jetzt hier aber jeden tag ein video rausgauen ob morgen kommt gar nichts versprochen obwohl ich bin jetzt am überlegen der routine bra zu spielen das ist von 20 22 und wie gesagt links dazu in der beschreibung von meinen videos und da komme ich immer zu der nächsten sache ich habe aus meinen video beschreibungen habt ihr mitbekommen die ganzen retro kollegen alle entfernt das heißt ich habe nur drum den acht mit flow und den paddy entfernen den captain tewurst die haben momentan sehr großen zugang und sehr großen zulauf das heißt also ich brauche für die keine werbung mehr zu machen die kriegen eigentlich schon sehr gut das online hin die kriegen das sehr gut alleine hin und das finde ich ganz gut sie brauchen meine unterstützung nicht mehr und ja kooperationen mit den anderen youtuber werde ich nicht mehr machen nicht weil ich jetzt sage ich habe was gegen die gott bewahre aber ich habe mich jetzt entschlossen wie gesagt eigentlich habe ich jetzt schon den lieben retro bolden gesagt ich will weniger auf youtube machen und jetzt mache ich wieder eine ganze woche lange jeden tag ein video wie gesagt das licht an tenebra da ich ja punkt an tierisch spaß an diesem an diesem spiel und die extended version gibt es auf itch.io gibt sie glaube ich nicht ich glaube die ex die extended version habe ich von cstb.dk glaub ich ja da doch das war von cstb.dk gut das schwarze auge ach das schwarze auge das schwarze schloss wird weitergemacht heute gibt es keinen live stream geben weil ich habe ja mal gesagt alle 14 tage das reicht deshalb wird es auch heute kein live stream geben also nächstes wochen wird es wieder live stream geben und ja was habe ich noch vor und zwar die live streams habe ich auch vor ein bisschen zu machen und zwar möchte ich zuerst wie gesagt das spiel goblins fertig programmieren wenn das spiel fertig programmiert ist werde ich mich an das schwarze auge setzen und werde das zu ende spielen dann werde ich euch fragen was für ein spiel hier quasi als nächstes haben wollt wir haben ja noch offene projekte anno battle isle history line command and conquer haben wir momentan alles noch offen ich werde mir das werde ich mir nächsten tage jetzt auch immer machen wirklich alle projekte noch nicht fertig sind normal aufschreiben dann werde ich euch quasi immer wieder fragen so also wir werden zuerst komplett fertig programmieren dann machen wir das schwarze auge fertig dann werdet ihr dann werde ich euch fragen erstens was für eine spielekonsole oder was für ein computerspiel wir gerne spielen würden oder ihr gern sehen würdet bevorzugt wäre natürlich super nintendo mega drive master system beziehungsweise nes gameboy gameboy advance und gameboy color warum weil ich da eigentlich soweit alle spiele habe bis auf die neuerscheinungen die bei itch.io rauskommen playstation spiele zum beispiel können wir auch eine ganze menge machen wie gesagt da kann man mal gucken und dann werden wir auch da werde ich auch so eine umfrage starten so was möchtet ihr gern mal für spiel spielen secret of mana ist zum beispiel mal gefragt worden wir können ja secret of mana mal wieder durchspielen dann können wir irgendwann mal mystic quest durchspielen final fantasy 1 auf dem gameboy zum beispiel können wir durch zwiebeln und so weiter für uns alles können wir uns alles mal angucken nach und nach wie gesagt wenn der zeitpunkt da ist dann werden wir das machen aber soweit sind wir montag noch nicht so und ich möchte auch wie gesagt eigentlich meine videos das habe ich auch dem retro bohlen gesagt ein bisschen reduzieren warum weil ich auch nicht mehr so viel machen möchte das ist man kriegt wieder mit ich mache wieder ein bisschen mehr und schon wird meine haut wieder ein bisschen naja durch den ganzen stress in anführungsstrichen es macht spaß ich mache das gern aber mein körper und das ist halt das problem und dann bei mir mein körper recht sich das so sagen geht der recht sich unheimlich ich habe mir auch heute morgen und ich ein gecremt vielleicht ist das auch der fall werde ich nachher noch tun ich muss noch nutzen gehen bevor ich einkaufen und dann gehe ich mich ein creme mein körper recht sich momentan wirklich bei ein bisschen stress das ist das problem bei mir deshalb habe ich ja auch versucht eigentlich meine videos runter zu trosseln ich werde auch versuchen nächste woche ich werde versuchen eigentlich war es ja geplant drei tage in der woche das heißt dienstag mittwoch donnerstag und samstag alle 14 tage den live stream so war die planung wie gesagt letzte woche das hat mit jene waren dann das andere video rausgehauen habe das ging ja um das programm vom lieben frank frank und ich mach du machst du an diesem programm weiter und hörst du dich auch damit weil wie gesagt ich gucke gerade wie ich jetzt alles am besten einstellen kann um diese bilder zu benutzen zurzeit habe ich drei level von meinem escape und spiel ich bin am dritten level jetzt soweit fertig geht noch und weder der schrank fehlt noch und dann habe ich eigentlich dass das den dritten level auch fertig vom bild her die habe ich momentan auch mit pixel gepixelt ansonsten gucken wir mal wie wir weitermachen da ist auch so nicht ich muss ja auch gucken dass ich immer mit meinem escape und spiel fertig werde komplett will ich weiter machen wie gesagt alone ist der tag ja und das ist ja alles hobby mäßig ich finde es immer geil wenn sich leute dann hinsetzen und sagen wir setzen uns jetzt den ganzen tag wirklich nur daran ich meine der frank der ist man nicht hingegangen also seinem spiel mir gezeigt also ein programm gezeigt hat ich glaube bis abends lass mich lügen sieben uhr haben wir noch mal dieses spiel mit diesem programm rum gedockt hat und rum probiert er die videos rausgehauen und ja also ich bin so ein mensch ich würde ich würde gehen auf der einen seite das finde ich ganz geil auf der einen seite würde ich gern wirklich den ganzen tag nur um 10 64 sitzen auf der anderen seite habe ich auch noch eine ganze menge dvds und lustig gucken möchte möchte ich youtube-videos gucken ich möchte gern da gucken das gucken jenes gucken ich habe nie so viel zeit und das ist halt dass man muss sich halt für irgendetwas und das ist das was mir immer noch schwer fällt immer noch schwer fällt sich für eine sache spezialisieren ja gut man sollte sich die zeit anders einteilen können ich habe mir zum beispiel vorgenommen jetzt jeden samstag jeden sonntag wenn machbar dvd blu-ray abend und tag also jeden tag versuchen ab vier uhr eine blu-ray zu gucken oder eine dvd zu gucken vorausgesetzt ich bin ich an irgendwas dran wie zum beispiel meine spiele oder so das ist halt immer so diese sache ja wie gesagt eigentlich wollte ich mich ja ein bisschen zurückziehen habe ich aber durch das tenebran entschuldigung ich habe mich halt ziemlich in dem spiel dieses wahnsinn macht spaß es ist richtig spaßig es macht das knob man knobelt gern man ist aber würde er nur hammer und ich freue mich so das spiel ist klasse das spiel das hammer hat auch ich glaube im letzten wart oder an diesem part wo es gekommen ist habt ihr ja gesehen gab es einen kleinen pack weil ich habe zwar ein hammer bekommen kommt mit dem hammer nichts machen da habe ich ein level neu gestatten wenn man war ein nagel da war ein vorigen mal meinen augen ich habe es nicht mitbekommen aber ich bin so oft an dieser an dieser lore vorbeigelaufen eigentlich hätte der nagel da sein müssen war man nicht naja das sind so programmierprobleme da war ich aus dem programmierer kein kein vorwurf weil ich habe das ja selber schon mitbekommen grüße gehen raus an den hauk 78 in einem raum zum beispiel sollte das gemälde verschwinden einen tresor erscheinen sagt der hauk 78 bei mir ist auch nicht passiert das gemälde zwar verschwunden aber der tresor ist nicht gekommen sondern hat an den level neu gestartet also hat es quasi neu gestatten da ging es wieder und seitdem war das problem auch nicht mehr da also na das sage ich immer so das kann jedem passieren wie gesagt wir sind auch schon passiert also was passiert das ist scheinbar irgendwie ein fehler dann am c64 ich weiß es aber nicht kann aber auch einfach sein dass es wieder an dem programm ist wie gesagt das also das habe ich auch schon gehabt an meinem eigenen programm an meinem eigenen spiel ja und eigentlich würde ich auch das quiz weiter programmieren von und der tank aber da komme ich auch nicht dazu ach Leute wisst ihr es ist halt momentan echt schwer ich versuche mir immer irgendwo die zeit zu nehmen irgendetwas zu machen aber irgendwie bleibt man an die lust weg und die zeit habe ich dann doch nicht ich würde ich habe nicht so viel zeit wie ich gern haben würde ich sage mal ganz ehrlich jetzt ist morin die stimme flöten wie soll ich das ausdrücken als urlauber und arbeitsloser hat man eigentlich dafür dann mehr zeit aber nichts gegen die arbeitende bevölkerung weil das beste volk ist das arbeitende volk wie ist der liebe rock soll man sagen würde ich sage mal so ich gehe lieber arbeiten habe am ende von monaten ordentlich im kohlen auf dem konto und kann damit was anfangen viele leute und das kriege ich bei mir im saarlatt montern mit und das sind die schade sind solche sachen dass leute dann hingehen und sagen warum soll ich eigentlich noch arbeiten gehen wenn ich für 100 euro weniger bürgergeld beantragen kann ich meine ich war in diesem hamsterrad drin und ich möchte auch da nie wieder rein vielleicht ist auch alles schon vereinfacht worden aber trotzdem da möchte ich nicht mehr rein und das finde ich eigentlich schade dass viele leute zu sagen wir schmeißen den top hin für bürgergeld und dann über alles personalmangel und alles alles kagadu alles kagadu ja aber das war jetzt so nebenbei wo ich jetzt gerade drauf gekommen bin eigentlich wie ich drauf gekommen weiß ich auch nicht mehr aber ich bin halt drauf gekommen auch ganz gut ja und ich habe das schwarze schloss wenn man ja wo ich jetzt gerade mal thema wechsel ihr kennt mich ich bringe von thema zu thema zu thema zu thema zu thema und irgendwann bin ich dann am schluss fertig habe trotzdem alles gesagt jetzt gibt mir das blöd sondern der bluetooth maus ich halte es nicht manchmal ab so wir gehen mal ganz kurz in den vollbildmodus hier die karte von das schwarze schloss habe ich jetzt schon diesen ecken hier wunderschön gezeichnet das problem was ich jetzt bei mir manchmal finde das liegt wahrscheinlich ein kind ich weiß es nicht ich habe immer die ein und selbe größe screenshots nur wenn ich jetzt hingehe nehmen wir mal als ebene öffnen dann gehe ich unter screenshots öffne jetzt mal als beispiel ins kündigt wir sind eigentlich in der regel alle gleich groß naja gut mit gleich groß aber von der mara sind sie gleich groß so und mein problem ist dann aber das problem ich gehe hin und skaliere das ganze auf moment ich muss auf die prozentzahl gehen person 50 so jetzt haben wir zum beispiel das problem wenn ihr das hier seht leute jetzt 50,08 abbrechen die das jetzt noch mal 50 schnitt macht dann nur so so eben löschen gehen wir auf eine neue ebene partei öffnen doch war richtig als eben der öffnung habe ich in das karten schalte gebaut naja so wo man ein anderes bild wenn er denn die screenshots lädt das dauert ein bisschen holen wir das hier und dann skaliere ich das ganze normal auf 50 prozent und da schreibt jetzt 50 prozent und 0 25 also 50 25 ich kann nicht sagen woran das liegt warum man manchmal geht er hin und schreibt 50 50 also das ist unterschiedlich wie er das macht und das problem sind dann halt solche sachen wie zum beispiel ich muss ich gerade gucken ob ich sowas aus dem spiel greift finde also da sind wir sowieso das wasser bewegt sich da kann ich machen was ich will hier zum beispiel hier sieht man wahrscheinlich wunderschön dass hier die anders aus dem wieder unten die ich versuche gerade noch etwas zu finden hier zum beispiel die büsche und so das ist halt dann immer oder hier da sieht auch ein bisschen seltsam aus es ist halt immer aus irgendwelchen gründen ich kann nicht sagen woran das liegt wie gesagt er macht mal so mal so gut da muss ich noch einmal hin da muss ich das nur raus da habe ich jetzt schon die 1 hängen geschrieben weil ich weiß dass es die bärenhöhle rufte hier sehen wir die alten screenshots hier unten drunter die neuen also hier ist das schloss von dem alten screenshot hier ist das schloss vom neuen screenshot ich muss ganz ehrlich sagen die neuen screenshots sehen besser aus muss ich ganz ehrlich sagen als die alten weil die alten sind unterschiedlich sind einfach unterschiedlich von der farbe her die habe ich auch die ich habe die einfach hingeplagt und gut war siehe da hier zum beispiel habe ich auch ränder drin und der ganze rot das versuche ich natürlich jetzt hier alles wieder raus zu fremeln und hier muss ich noch die figuren entfernen hier muss ich noch die figuren entfernen das mache ich auch noch ja also so viel zum thema die karte geht geht weiter änderungen verwerfen weil ich möchte das nicht speichern weil jetzt hat er nämlich die anderen screenshots mit eingebunden meine frasse ich sehe ich muss nur noch mal duschen ja so sehe ich halt auch wenn ich geduscht bin einfach so kranker aus ja und ich habe ja noch mal ein anderes thema komplett anderes thema ich habe das kung fu flash modul und das problem ist einfach nur das problem irgendwann wird meine sd karte mit dem micro sd karte nicht mehr funktionieren da habe ich mir schon zwei micro sd karten green screen obwohl das ist gelb ich habe mich schon zwei micro sd karten organisiert eine micro sd karte davon habe ich mir zwei gekauft eine micro sd karte ist schon quasi in meinem cd-raumlaufwerk drin und wird von mir nach und 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 nach ich versuche nochmal ich habe die wörter richtig gesetzt ich werde es nach und nach gespielt funktioniert immer wenn ihr mal euch verhaspelt die wörter einfach in die hand und dann noch mal funktioniert ich werde die karte neu bespielen stück für stück und wer da das kennt magazine drauf klatschen spiele drauf klatschen ich werde alle spiele von japan sie sich vor die sind ja bei mir auf meiner sd karte darauf und auf einem usb stick den ich jetzt gerade nicht in der hand habe so autofokus und da werde ich auch jetzt hingehen und wer diese ganzen spiele entpacken und dann werde ich alles wenn es auf tape ist werde ich mir das ganze dann auf das kette knall und wenn sie auf disk sind lassen sie halt auf disk und ja das kentenmagazine was ist das kentenmagazine werde ich mir im groß und ganze nehmen ich werde versuchen die die sich sie vor punkt des kentenmagazine zu nehmen außer diese dinge wo ich dann da stehe und denken mir so das ist etwas was ich nicht unterstützt und was ich auch nicht zeigen möchte ich glaube die an die nationale ist nicht so das kettenmagazin ich muss mir das ganze noch mal angucken mit dem diskettenmagazine war so das kettenmagazine die so eine ganz gewisse politische richtung haben also ihr könnt mich gerne in die kommentare schreiben sagen party das mit der diskettenmagazin da hast du falsch verstanden wenn es wenn ich mich da ihre kann ja passieren gott bewahre ich bin ich bin nicht unfehlbar da werde ich die diskettenmagazine alle auf stick klatschen digital talk tiger disks und alle werde ich drauf klatschen game on magic disk input 64 golden disk die golden disk magic disk und game on sind schon bereits drauf alle die digital talks sind auch alle drauf glaube ich und dann spiele von german von japan sie sich vor die werde ich alle drauf klatschen und ich werde gucken was ich bei japan games c64 games was ich dort raus finde was ich da drunter laden kann ja ich weiß du hast du hast du kriegst der wasser ist ja es ist früher morgen schon nicht gefrühstückt naja wie gesagt dieser bau so gibt es gestern an naja jedenfalls das mir habe ich vor irgendwann auf eine sd-karte zu klatschen auf eine große sd-karte ich gucke mal ganz kurz was habe ich eigentlich da für eine sd-karte der 64 gigabyte damit ich eventuell das da drauf obwohl ich hier sind meine ganzen c64 bücher drauf und meine hefte da sind alle 64 magazine drauf und die c4 bücher als pdf vielleicht wechsel ich die auch da drauf ich weiß es noch nicht mal gucken ich habe ja auch usb sticks eine ganze rhabarber dann habe ich auch vor irgendwann wieder ich habe vor mir wie gesagt mehr c64 zu machen auch wieder test die listings habe ich vor irgendwann zu machen das werde ich dann versuchen eventuell an einem c64 der küche zu machen da werde ich zwei smartphones aufstellen einer der den monitor abfüllen und einer der den c4 abfüllen wenn ich jetzt an einem tippen bin und so mal gucken da habe ich schon einiges noch vor also dass die listings möchte ich wieder machen wann es kommt noch keine ahnung ich habe noch keinen plan gemacht wie war es wo und warum was ich aber vorhaben auch während den livestreams andere sachen zu machen also c64 wie zum beispiel zu meinen zentrum mega trotzdem den pc spiele auch pc spiele älterer wenn ich sie über scum vm laufen lassen kann oder über den über den das will das box dann werde ich das eventuell darüber laufen lassen ich glaube die virtual pc kann ich glaube ich in tonne treten der wird das glaube ich nicht packen mit wird das 890 ich meine ich habe ich habe die serie jetzt zumindest 98 zumindest 2000 die original serie jetzt habe ich also da brauche ich mir keinen kopf zu machen ich brauche nur eine kopie dieser disketten dieser cds obwohl bündnis 2000 habe ich eine cd bündnis habe ich keine cd da muss ich mir noch zuerst erholen ja und dann habe ich halt vor wie gesagt dann im live stream aber das ist alles noch zukunftsmusik momentan sind wir noch an goblins dran wo wie gesagt ich versuche jetzt escape room bis im juni fertig zu stellen ich werde ja noch mal urlaub haben im april habe ich urlaub und zwar in der woche wo die retro korn ist da habe ich urlaub das heißt ich mache das wochenende gehen den urlaub ach damit es zwei wochenende lang ja doch 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 der live stream wird später kommen am 20 april wer der live stream später kommen weil ich auf der retro kunden bin also der live stream am 20 april sollte theoretisch da sein sondern auch kommen aber wie gesagt der wird später kommen weil wegen retro kunden nicht das heißt wir werden wahrscheinlich um 8 uhr anfangen weil die retro kunden geht bis um sechs dann werden wir den live stream wahrscheinlich um 8 uhr anfangen ich werde ein bisschen was zeigen und wieder was auf der retro kunden los war und da guck mal wie gesagt dann wird aber auch wahrscheinlich eher dann über die retro kunden geklabert als am spiel programmiert ja wir sind haben schon zwei wochenende wo ich an dem spiel nicht weiterprogrammieren das ist einmal der 6 april das ist mein zehnjähriges übernehmen und der 20 april das ist genau 14 tagen später wird einen monat wird kein spiel kommt nicht am spiel weiter programmiert der ganze april wird nicht am spiel weiterprogrammieren finde ich gut gut was noch wie gesagt wenn ihr vorschläge habt für spiele ich meine auf cstp.de hautmann letzter zeit so viel geile sachen raus grafigen mutigen spiele ich wollte auch das war außer aktion ich wollte damals habe ich die idee gehabt cstp spiele zu machen habe ich dass sie es die wochen gemacht ich komme so nix ist es gibt so viele möglichkeiten die wir machen könnten ich habe so viele möglichkeiten video material zu machen aber ich muss arbeiten überhaupt noch im privatleben ich möchte nicht nur youtube weil das hat mich damals wirklich sehr zerstört dass ich mich nur noch um youtube gekümmert habe dann zum 6 april noch ganz kurz das special was wird am special laufen ich werde zuerst mal alle müssen begrüßen dann werde ich habe ich so einen kleinen plan den ich dann machen möchte ich möchte ein bisschen über mich erzählen wann ich geboren wurde wo ich geboren wurde etc pp wie ich dann halt meine kindheit verbracht habe so ein bisschen da kann man auch ein bisschen paar fragen stellen dann habe ich vor von meiner schulzeit wie ich an den c64 geraten bin wie später dann an die pc spiele geraten bin womit ich dann gearbeitet habe und so weiter was für spielekonsole mein eigen waren welche computer mein eigen waren weil ich habe auch viel mit computern zu tun gehabt die nicht mein eigen waren zum beispiel der amiga 500 der amiga 600 oder amiga 2000 das waren so die computer mit denen ich selbst nichts zu tun hatte wohl stopp halt später ich hatte eine amiga 600 als ich bei meiner mutter waren wie gesagt da kommen wir drauf wenn das special da ist und dann amiga 2000 hatte ich bei mir in der wohnung bei mir im zimmer wie gesagt kommen wir dran wenn es soweit ist das wird am 6 april da wird ein bisschen halten von meiner lebensweise erzählt wie ich zu youtube gekommen bin was ich schon vorher gemacht habe das war meine vierten sind 14 jahren arbeitslos wie ich dann nur arbeit bekommen habe wie dieser kanal dann entstanden ist oder beziehungsweise dass dieser kanal mein letzter kanal sein wird das heißt also noch mal wenn irgendwann irgendjemand kommt und wegen irgendwelchen copyright verletzungen oder hast du nicht gesehen die den kanal andauernd leben oder wo ich dann stehen denke mir so das glaube ich eher weniger beim pc spielen könnte das passieren aber weniger bei c64 spielen weil ich denke auch die entwickler der c64 spiele sind froh wenn man auf youtube quasi video über die spiele macht ich glaube c46.com ist glaube ich ein eigener video kanal bis jetzt gerade lügen wie er heißt der hat nämlich auch von meinem ach ich dachte mir der hat nämlich auch von meinem ach gott wie heißt mein quiz quiz von meinem quiz hat er berichtet danke schön nochmals wenn ihr euch auf csdp.decade die quiz runterladen wollt tut mir bitte gefalle ladet die version und southbox runter ihr könnt auch meine runterladen dann habt ihr aber kein intro und keine hintergrundmusik die version von southbox ist eigentlich dieselbe wie ich sie gemacht habe nur die programmierung scheint scheint entweder schneller gewesen zu sein weil vieles in read data zeilen exportiert worden sind und es ist ein titelscreen drin und hintergrundmusik was bei mir nicht drin war so mein quiz findet ihr auf sie ist die video die kate dankeschön noch mal nach haupt 70 für den upload und ihr habt den upload bei jetzt stadt ihr könnt auch bei der liebe sledge wenn er zeit hat und wenn er bock hat und wenn es geht das hängt bei ihm natürlich auch der ist ja nicht nur dann an dieser aktion der hat auch andere sachen um die ohren trotzdem grüße geht raus und sledge die hatte auch c4 sich wie die zwei seiten gemacht einmal über mich und einmal über meinen kanal über den partikel kanal ist beides noch in bearbeitung normal sledge hat ja auch noch andere sachen zu tun das ist vollkommen in ordnung lasst ihr zeit sage ich noch mal hätte ich die ab junge eins nach dem anderen nachher ist diese mit einem burnout da und das will keiner gut die neue digital talk habe ich jetzt mitbekommen ist glaube ich schon ist glaube ich schon in progress und sie ist schon in der bearbeitung sollte wahrscheinlich auch in der nächsten zeit kommen und sobald die zum download bereitsteht werde ich sie euch natürlich wieder präsentieren es sei denn jemand anderes präsentiert sie vorher ich meine ich habe zwei ausgaben nicht präsentiert weil die einmal der retrobohle präsentiert hat und einmal der 8 bit flow präsentiert hatte da habe ich dann gesagt das lasse ich den weil die dürfen ja die klicks auch abgreifen das ist ja gar kein problem deshalb habe ich dann gesagt lasse ich diese ausgaben weg irgendwann werden diese ausgaben natürlich auch kommen wenn meine playlist vervollständigt wird ganz klarer fall ich habe ja auch was das kennengelernt angeht ja die idee gehabt mit diesem reviews und so weiter genau du mag das eigentlich ganz gut da könnt ihr mal beim vertrauen gucken der macht nämlich meine input 64 das was ich quasi die sehr gute idee ich glaube die idee ist mir gekommen weil ist von nerd rum gesehen habe er holt zum beispiel bei der input 64 jedes einzelne programm testet jedes einzelne programm aus und ja deshalb ich bin wie gesagt am gucken ich bin aber überlegen wie es machen soll ob ich weiterhin das ganze vollständig machen soll und überspringen soll und immer wieder drinnen rum springen soll weil ihr solltet euch ja das das kettenmagazin downloaden und selbst gucken deshalb gut bevor mir gleich der marken hier durchbricht weil ich nämlich der krummelt wie eine sau der hat hunger jetzt ist ja auch schon fast zehn uhr ja würde ich sagen mache ich mir jetzt fertig also erst mal duschen da waren die fertig dann gehe ich einkaufen nach dem einkaufen mache ich mir was leckeres zu essen bin überlegen heute gibt es die spätze pfanne ich habe spätze pfanne zu hause die sind super muss man jetzt mal ganz katz nehmen wir so jetzt gegen ende sind leute ich war nur wenn ich mir den döner kaufen das war das letzte mal dass ich mir den döner gekauft habe weil sieben euro fünfzig vor zwei monaten hat er sechs euro fünfzig gekostet letzten also im dezember hat er sechs euro fünfzig gekostet im januar da sieben euro gekostet und im februar da sieben euro fünfzig gekostet habe ich dann gesagt danke für das gespräch das war das letzte mal dass ich einen döner gekauft habe und als ich in der stadt war ich weiß lebensmittel werden teuer kann ich verstehen aber irgendwo sind dann bei mir die grenzen sind ich meine ich bin jetzt keiner der es hingeht und sagt ich bin mit meinem lohn oder mit meinem geld am existenzminimum krebs jeden forum also ich könnte mir theoretisch jeden tag den döner kaufen auch für den preis aber ich sage mal so ich muss das geld ja nicht mit gewalt das fenster rausschmeißen also ist döner für mich ein luxusartikel geworden genauso wie in marmer fleischkäse weg ich glaube ihr sagt dort man so sagt der leberkäse dazu oder macht er auch fleischkäse ich weiß es nicht weil ich war nämlich bei uns im sabat center das ist ein einkaufsfiliale saargalerie europa galerie gibt es ja so verschiedene shopping malls und so weiter ja dann sagt er war immer unten eine kleine beziehungsweise immer so ein wurstheker war früher vom schröder schröder gab es ja noch nicht mehr da gibt es glaube ich nicht mehr wenn es richtig verstanden habe und da hat jemand anderes übernommen hat war mal fleischkäse weg hat immer gekostet 2 euro 10 dann irgendwann hat er gekostet 2,50 euro als ich das letzte mal das war voriges wochenende war voriges wochenende ja und in der stadt waren hat mir mal fleischkäse weg geholt und er sagt zu mir 3 euro 10 ok auf bezahlt mir gegangen habe es ja das war der letzte warme fleischkäse nicht mehr gekauft habe momentan gehen die preise hoch wie die sau dass ich finde es einfach das ist halt momentan ganz schlimm ich habe auch gesagt wie gesagt ich bin eigentlich normal als keiner der hingeht und sagt ich muss auf mein geld achten muss ich normalerweise nicht trotzdem das ist doch arg wenn ihr sparen wollt kommt euch fernseher die sind momentan habe ich gehört angeblich recht günstig ich weiß nicht ob es stimmt ich kaufe man kein fernseher ich kaufe jetzt im dezember ein dann kaufe ich mit 4k fernseher fürs wohnzimmer und mein wohnzimmer fernseher kommt ein schlafzimmer mit meinem dvd player und dann ist alles happy mache ich aber im dezember wenn das geld von wenn ich das weihnachtsgeld kriegen sollte das ist ja auch nie so amtlich aber ich bin normalerweise tüvd tüvd tarif öffentlicher dienst und evidee so im tarif betrag öffentlicher dienst glaube ich heißt das da sollte normalerweise noch diese wunderzahlungen drin sein wir werden auch das ist nicht auszugleichen wir sind auf unserer arbeit auch immer weniger wie sie das kommen und circa sechs jahren waren man sechs jahren ist der arbeitskollege von mir patrick und ich wahrscheinlich die letzten der alten leute der alten gade die noch als das krankenhaus städtisch war es hieß damals städtisches klinikum jetzt heißt es die akonie klinikum ich sage mal so in sechs jahren sind da praktisch die letzten die noch unter städtisches klinikum gearbeitet haben und ich bin der letzte das licht ausmacht quasi wenn man darüber mal nachdenkt ich bin der letzte von der betten zentrale ich bin der letzte es gab bei uns zwei mädels tschuldigung drei mädels die schon mein arbeitskollege so weil es sich einer ist dann wecken hat dann gesagt sie macht sich selbst selbstständig als fußpflege die ist jetzt unterwegs dann in die anderen beiden mädels sind dann in die reinigung die eine ist wegen burnout und sonst irgendwas weg da war noch eine da die war waren dauernd krank die hat aber auch parkinson und andere sachen wo ich sagen muss das verstehe ich dann der kollege der mit mir damals der betten zentrale war der war dann mit mir und meinem anderen kollegen dem anderen patrick im holen und bringen dienst und irgendwann hat dann der kollege gesagt guckt im netz da steht die wahrheit ihr vertraut der pharmaindustrie und alles drum und dran und naniten und katt sich gesehen und er hat auch seine tabletten der brauchte tabletten normalerweise hat seine tabletten abgesetzt was ich mitbekommen habe weil da so eine wunderheilerin gesagt hat er ist knoblauch das ist besser und dann hat er auch der komplett durch gedreht hat angefangen gegen den chef von der diakonie zu schießen ich habe auch gesagt dass da man dreht sich jetzt komplett durch irgendwann gesagt durch schmeißt alles hin ich mache den riemen runter habe ich dann dann g nervt mich nicht g wer ist er noch gegangen und jetzt bin ich der letzte bettenzentrale weil die eine die dann noch mit der krankheit von dauernd krank war ist jetzt schon seit zwei jahren rente und ja ich bin der letzte der bettenzentrale das habe ich eigentlich auch nie gedacht ich dachte eigentlich immer dass ich so zum beispiel mit der einen kollegen die burnout hatte zumindest mit der bei die ungefähr ich glaube zwei jahre älter war als ich ich habe gedacht mit der mache ich die bettenzentrale bis ich in rente gehe jetzt bin ich der einzige der bettenzentrale muss ganz ehrlich sagen aber der am krankenhaus viele Leute sagen es ist ein mordsjob ja ich sag mal so die schwestern und pfleger und pflegerinnen die bei uns auf der station arbeiten ich beneide sie ehrlich gesagt nicht die machen einen knochenjob wir hatten als ich angefangen habe vor sieben jahren im holo bringen ist auch eine mörderarbeit aber durch corona hat sich alles was unser bereich angegangen ist minimiert und wir haben was die arbeit angeht sage ich jetzt noch mal ein bisschen weniger wir haben immer noch zu tun wir haben ja auch das lager noch das ist ja geil wir haben hier das lager wir haben die essenskarren wir haben den müll wir haben die wäsche wir haben die matratzen sonderaufträge dann wenn bewirtungen sind müssen wir das machen wenn die papiercontainer sind die reißwolle aktencontainer tauscht werden müssen müssen wir machen wir haben eigentlich genug zu tun aber ich sage mal so im gegensatz zu früher haben wir ein bisschen weniger zu tun was uns gut tut früher waren wir von morgens bis mittags durchgehendem stress jetzt sind wir auch von morgens bis mittags arbeiten aber unser stresspegel ist runtergegangen das finde ich ganz gut weil wir unsere arbeit wir sind nicht mehr so unter diesem stress dann und dann muss das nicht das gemacht werden und da quillt alles über sondern der müll ist weniger geworden die wäsche ist weniger geworden aber trotzdem müssen wir halt alles abfahren und ich sage mal bei uns ruhiger geworden wie gesagt wir haben immer noch durchgehend zu tun wir haben aber auch wir sind aus der mittagsschicht raus weil als der kollege der dann gesagt habe ich bereits den riemen runter als der gegangen ist waren wir nur zwei leute damit mittags und eine frühschicht zu machen das ging nicht das hat nicht funktioniert als zwei müssen definitiv in der frühschicht sein weil der frühschicht mehr ist als in der mittagsschicht blut fahren müssen wir auch noch ein bisschen auf station zweimal am tag müssen morgens das blut abholen von station und das ins labor bringen ist ja auch noch unsere arbeit wie gesagt ich habe bestimmt noch ein paar sachen vergessen glas glas fahren dienstags und donnerstags glas fahren und samstags wenn sich auch so eine aktion wo ich dann sagt ja gut aber wie gesagt mir fällt immer mehr ein wo man machen müssen sauerstoffflaschen wechseln habe ich auch vergessen wenn die stationen anrufen wir haben hier sauerstoffflaschen dann müssen die sauerstoffflaschen runter bei die handwerker gebracht werden die tauschen wir bringen sie wieder zurück und 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 wie gesagt wir haben zu tun es ist nicht so dass wir uns morgens unten hinsetzen den da machen und abends nach hause gehen mit das nach hause gehen also wir sind schon durchgehend haben wir haben sollten die arbeit ein bisschen aufgeteilt finde ich auch gar keine haufe zu meinen arbeitskollegen zum beispiel der fängt morgens an den müll zu holen ich gehe dann auf die komfortstation hol den essenskarren runter geh ins labor wohl diese legosteine also die halter für das blut nennen wir legosteine weil die bisschen wie legosteine aussehen sagen aber die legosteine hole ich dann immer dann bringe ich die legosteine wenn welche da sind das ist auch so bringen sie halt auf die g3 auf die onkologie dann bringe ich da gebe ich denen so zwei stück dann lege ich den rest auf den essenskarren den essenskarren fahre ich dann nach vorne zum aufzug dann gehe ich quasi runter und dann gucke ich mir was unten schon an müll steht der vom tag zuvor für der mittagsschicht unten stehen gelassen wurde dann brauche ich den müll um ach die schwarzen container müssen wir auch noch füllen das habe ich ja auch noch vergessen jeden mittwoch also wie gesagt wir haben immer zu tun und das schlimmste ist dann mittwochs und freitags ist das lager am meisten montags und lager recht ruhig wie gesagt wir haben zu tun und aber ist weniger als vorher was ganz durfte ist was ich ganz gut finde ja und wie gesagt mit froh dass ich die arbeit habe aber auch ein bisschen wochen arbeitstag machen ich bin jeden mittag um ein uhr wir gehen um ein uhr gehen wir aus dem haus also der kollege und ich steche dann um ein uhr ab und dann ab nach hause oder ich gehe dann immer zuerst einkommen und dann ab nach hause ja jedenfalls wie gesagt ich habe also mein arbeitstag so ein bisschen mitbekommen das mache ich einfach montags bis freitags es sei denn ich hätte wochenende das passiert alle vier wochenende das heißt zum beispiel dieses wochenende jetzt heute hat zum beispiel mein arbeitskollege patrick dann kommt die firma lenzen dann komme ich dann fängt er bei mir an also mein arbeitskollege der arbeitet von letzter woche montag bis nächsten freitag komplett durch 12 tage und dann haben wir wieder drei wochenende frei arbeiten fünf tage die woche das ist gut weil wir in der frühschicht warum müssen wir das machen kriegen wir da mehr geld nein es geht um die stunden weil wir frühschicht sieben stunden haben und der mittagsschicht hatten wir acht stunden und uns fehlt ja dann in der frühschicht fehlt uns ja eine stunde oder fünf stunden und dann gucken wir immer so dass in drei wochen sind ungefähr 15 stunden klima daumen und wir bleiben immer am wochenende so lang dass wir so circa 15 15 stunden haben wir bleiben mittags deshalb bis um eins kurz noch eins dann kriegen wir nicht so viele stunden abgezogen wir kriegen noch ein paar minuten abgezogen und so bauen wir unser stundenkonto immer auf und halten es in der waage weil wir müssen unser stundenkonto irgendwie in reihe halten deshalb machen wir dann wochenende und feiertage haben wir auch mal zum beispiel ende des monats hat im ende märz hat dann mein kollege und ich habe am ersten april dass den feiertag den habe ich wie gesagt feiertage lässt auch gelegentlich ich weiß nicht wieder mit der bezahlung ich glaube dann gibt es dann irgendwie so 15 prozent oder 5 so ich weiß nicht mehr jedenfalls das ist halt feiertage sind wir uns gut weil gibt stunden auf die uhr wir können dann wenn wir sagen haben unser stundenkonto ein bisschen aufgepusht haben auch so 40 50 stunden können wir dann auch mal so eine zwei wochen sagen wir es macht wir gehen um halb eins nach hause und dann gehen wir ungefähr eine stunde abgezogen und gut ist ja das machen wir dann so eine zwei wochen dann ist unser stundenkonto wieder bei so einer stunde oder wir haben zu wenig stunden und dann sitzt immer wieder was mit 2 auf der arbeit das stundenkonto wieder auffüllen müssen ja hier so wir sind also ein bisschen wie also die arbeit macht spaß die arbeit nach tiere spaß ich kriege auch ordentlich kohle dafür also ich schenke sie ich hänge es sich am hunger zu ich sage mal so vor zwölf jahren habe ich angefangen zu arbeiten und von daran habe ich meinen lohn in der zeit verdoppelt das ist schon mal ganz gut so fast 50 minuten ich habe eine arbeit gelabert und so gut nee aber ihr wisst es von youtube-channel bescheid ihr wisst was da ist abgeht wie gesagt zähne bra machen wir weiter und ich versuche das jetzt wirklich so zu machen mit mittwochs und freitags dienstags mittwochs und sonnerstags montags und freitags nichts und jahre tenebran nur einmal die woche aber das schwarze schloss machen wir leider und ihr habt ja gerade gesehen dass wir ziemlich gut wo ankommen und ich habe die karte jetzt schon übertragen das heißt jetzt muss ich eigentlich nur noch die figur auf raus plören und dann ist alles blören rauskarten und dann ist es gut dann kriegen wir auch hin ja gut dann würde ich sagen verabschiede ich mich jetzt schon mal von euch da ich meine hauptkiste wieder deaktiviert habe ja dann verabschiede ich mich von euch tschuldigung und würde sagen wir sehen uns im nächsten video wieder also am dienstag zu das schwarze schloss bis dann euer partikel bei bei immer wieder auch . Vielen Dank.